Wer geht in die Mitte? Wer geht rechts? Wer geht links? Ich würd rechts gehen, wenn das ok ist. Wer kommt bei mir? Flane, kommst du mit mir bitte? Nice Junge! Ja, obwohl Finn, dann geht Kevin nach links, weil er die EP hat. Nein oder? Nein, ich gehe rechts halt. Ja, einer macht die Hervis-Verfahren gleich von hinten. Ja, macht irgendwie keiner mehr. Paul hat einen Hit. Der hat zwei Hits, der mit Level. Jeder hat einen 13er Hit. Ich komm mit, ich komm mit. Ihr wisst. Wir sind beide bei der Endstone-Dingens. Ja, ich seh das schon. Ja, der geht rüber zu dir, pass auf Kevin, ne? Ja schön, Leute. Noch einen Job, komm, gib mir noch einen Job. Nein, ich komm nicht. Noch einen Job, Leute, hast ihn noch mal drauf. Neu, war noch nicht? Fatti, pass auf, ne? Du bist alleine auf der Seite. Neu, noch nicht? 2-13 Hit. Werde. Dings, Paolo hat 2-13 Hit. Dings, ja genau da, pass auf, du bist ein Block da nur. Ihr könnt so leicht runtergeschossen werden. Von der rechten Seite von Paolo zum Beispiel. Ich komm jetzt auch mit. Ich komm jetzt auch mit. Ich auch. Ich komm jetzt auch mit. Ich auch. Pass auf, nicht gespare, pass auf, gespare macht, gespare macht. Genau, baut euch safe. Sehr schön. Gebt auf, perfekt. Heute ist mir safe. Ja genau, lasst euch nicht einfach runterschießen. Wir können gleich Stärke trinken, Theo. Ich bin da auf, ich kann kurz einpielen. Ja, ihr könnt gleich Stärke trinken. Paolo hat Stärke trinken. Paolo hat Stärke trinken. Die kommen von rechts. Dings hat Stärke trinken. Ehm, ich bin da einer down, einer down. Sehr schön. Soll ich zu Paolo E.P werfen? Ah nein, das down. Schild einfach. Paolo hat 2 Hits drin, 3 Hits drin. Paolo ist weiter way down, Jungs. Warte, 3 Hits. Noch nicht, noch nicht. Wo ist denn der letzte noch dahin? Pass auf, dass du da nicht. Jetzt kommt Paolo kam, Paolo kam. Alle drei Stärke, alle drei Stärke. Sieht gleich aus. Deo ist hinter der Wall, oder? Ja, hier, hier rechts. Vor allem Lucky Kotti. Er muss euch gleich pushen, Kotti. Mach einmal weiter. Er kommt. Ja, down. Einer down. Er lief das. Er ist offline by the way. Die müssen wir euch auch pushen, also ihr habt seine save. Spend sie einfach weiter und dann passt das. Safe haben ist nix. Es kann jederzeit in Aktion kommen. Denkt an eine I.P. Egal, aber... Achtung, andere Seite, andere Seite vorne. Deo down. Innen Deutsch. Böhn, stark. Wuuu. GG. GG, you sucks. Hehehe.